Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück, Let's Play Company of Heroes, Ardenn Assault mit mir Elo. Äh, das Arsch tritt ins Ziel, die zweite? Nein, diesmal wird es was? Äh, ich weiß nicht. Wir müssen halt, also so viele Panzer, das wäre jetzt natürlich wirklich was für die Ranger gewesen, aber die haben wir ja leider nicht mehr. Vor allen Dingen, das ist leichte mechanisierte Unterstützung. WTF, das waren ganze Kampfpanzerverbände, ich will nicht wissen, was hier in Stufe 5 passiert. Äh, der Anfang sah ja eigentlich ganz vielversprechend aus, bis wir dann, ähm, die Pack verloren haben. Feind war zu schnell, supermächtig und hat dann die ganzen Punkte weggedrückt. Und dann kommt man natürlich nicht wirklich hinterher. Mal gucken, ob das diesmal besser klappt. Ja, gut. Ähm. So, also, wieder wichtigen Punkte zuerst. Ja, dieser kleine Panzer ist natürlich cool für den Anfang, vielleicht für hier hinten, aber... Ich habe Meldungen erhalten von einer Puck in dem Gebiet. Versuchen Sie, sie zu finden und davon Gebrauch zu machen. Ja, die werde ich nicht nur... Also, die brauche ich wirklich gut hier. Den Punkt mal hier zuerst. Ja, dieses Nutzfahrzeug M20 kann sich total in die Donne treten. Hier sind die Jungs nur mit dem... Der Panzerfaust ist eigentlich besser, oder? Halt auf, Jungs! Macht euch fertig! Das Gebiet gehört uns! Besatzung bereit! Fwehrtrupp ist bereit für den Einsatz! Herr gehört, wir haben Erroberungsgefälle erhalten! Jetzt macht euch bereit! Schnappen wir uns diesen Punkt! In Ordnung! Wir gehen nicht schützlich an! Sie stehen zusammenlegen! So geil! Macht euch bereit, Silber! Das muss man auch nicht leisten. So, wenn wir die hier irgendwie... Hm. Hier hinstellen. Dann habe ich so die vage Hoffnung, dass da vielleicht was geht. Wahrscheinlich eher nicht. Ein Gewehrtrupp wartet auf seine Befehle. Macht euch bereit, sichern wir uns ein Stückchen... Achtung! Kontakt! Kreda Infanterie! Reden, verdammt noch! Dann können wir in... Deckung gehen. Bereit machen für Befehle! Macht euch bereit! Also gut, ihr pfeift! Also gut, ihr pfeift! Also gut, ihr pfeift! Befehle! Macht zurückfallen, verdammt noch mal! Oh, was schießen die denn hier? Ja, geht doch. So, Fallfelder. Ja, Typen. Und das ist nämlich jetzt die DSV. Die DSV. Die DSV. Und das ist jetzt abholen, verfügbar. Lauf, geht nach dort drüben! Bewegt euch, verdammt! Geht zu dieser Position rüber! Was euch befehle! Lauf, geht nach dort drüben! Wir wollen uns hier rausholen! Hören zu, Kameraden. Wir sichern dieses Bereich. So, jetzt nach und nach überrannt werden. Die Wehrtruppe ist bereit für den Einsatz. Das ist ne Bazooka, ey. Wir wollen hier normale Brigadierer, das schaffe ich wahrscheinlich sogar. Ganz gut hier. Um das zu sein. Neuer Trupp, bereit und geladen. Kavallery-Schützen sind ungeduldig. Schickt die Vorderen voran. Wir haben Befehle. Halten Sie Ihre Panzerabwehr bereit. Es nähern sich Panzer. Jetzt fängt nämlich der spaßige Teil hier an. Halten Sie Ihre Panzer bereit. Es nähern sich. Panzer. Schießen Sie los. Schießen Sie los. Gebt Sie den Sauren. Hört auf damit. In Ordnung. Wir müssen ein Stück direkt daher um und halten. Bring uns hier raus. Bring uns hier raus. Also gut, Ihr Pfeifen. Sichern wir uns ein Stückchen Bogen. Reinkereckert. Lade deine Rakete. Alle anderen ausrücken. Wir müssen die Rakete. Schwenk die Gewehre. Schwenk die Gewehre. Immer ausstrengen. Los, los, los. Weiterer deutscher Panzer eliminiert. Halte nur noch falsche Infanterie. Feuer auf die feindliche Infanterie. Bereithalten. Die Jungs. Nein, ich muss nicht. So, die packt jetzt auf alle Fälle wieder ein Stück raus. Ah, ich muss langsam mal an Verstärkung denken hier. Wir verlieren einen Eroberungspunkt. Ah, das ist jetzt so das Problem. Den dahinter auch. Zumindest die Jungs haben es geschafft. Das ist ja eigentlich schon mal ganz löblich. Machen wir euch bereit. Bleib in der Nähe, Junge. Oh ja, Mann. Schnappt euch, was ihr tragen könnt. Ein Gewehrtrupp wartet auf seine Befehle. So, noch ein Gewehrtrupp. So, hier. Okay, wieder verbündete Panzerlinie. Durch die Wund rollen. Hm. Das tat weh. Die Geschützbedienung wurde ausgelöscht. Bereitmachen! Bermannt diese Waffe! Richtet sie stehen unter der Schundverdacht! Die Sache ist zu heiß! So, mit zwei. Ruhig mal weiter. Ist immer wieder so weit gewesen, ja? Da. Schließen Sie los! Halt diese Schweinehunde ein! Lasst die Deutschen uns nicht überrollen! Seid stark und dräng sie zurück! Stellungsweste! Grundkürtiger! Wasser gesessen! Befriede Fertäum! Geht mal zurück, ja. Ein Eroberungspunkt wird überrannt. Feuer und anpassen! Alle 105er Batterien melden Bereitschaft zum Koordinieren des Sperrfeuers. Weinsliegeschwerdung, MG erledigt! Neuer Kavallerieschützentrupp geht in den Kampf! Ist mein Fahrzeug noch da? Wahrscheinlich nicht, wa? Und da haben wir doch aber wenigstens schon mal ein schweres Entgehen. Hm, hier oben, ja. Wie das mit dem Losern ist jetzt extrem ärgerlich. Ich weiß noch nicht, von wo dieses Pack-Ding kommt. Das ist jetzt der... Oh nein, ihr seid die 3 und ihr seid die 4. Halten Sie Ihre Panzerabwehr bereit! Es näher sich Panzer! Noch mehr Panzer! Aha! Steht was da schon wieder alles steht! Bleibt zusammen! Und auswitten! Bereit! Fertäumt! Ach, verdammt! Ein Eroberungspunkt wird überrannt! Bereit! Erteiltet! Sichern die Position! Ein bisschen Tempo! Und fliegt ihr Fleisch! Sie sind auf 200 Punkte gefallen! Wir fehlen! Wir fehlen! Wir fehlen! Wir fehlen! Wir fehlen! Wir fehlen! Hier ist alles gut! Wir müssen uns in diesem Bereich dort sammeln! Ausgeschüttet! Wir fehlen! Ein leichtes Fahrzeug wurde gerade zerstört! Wir stoßen hinter feindliche Wege vor! Nur Abwehrfeuer! Hm... Tromm, Infanterie! Schiebt auf dein Panzer! Panzer sind unschätzbar wertvoll! Wir verlieren einen Eroberungspunkt! Noch ein deutscher Panzer zerstört! So langsam sollten sie ihnen ausgehen! Ja, ja, mal gut, aber... Ich bin hier immer noch... komplett umzingelt! Landet weiter solche Treffer und wir sind mit den Deutschen in Nullkomma nicht fertig! Weiterer deutscher Panzer eliminiert! Hehe! Das nützt mir gar nichts! Wir haben eine Reihe neuer Befehle erhalten! Hört auf damit! Und spitz die Ohren! Neue noch eine... Dings nehmen, nehmt ihr immer auch noch so ein Teil. Batterien für koordiniertes Sperrfeuer stehen bereit! Die Männer sind wartet! Schauen wir mal, was hier noch steht! Flakpanzer Ostwind! Und... Ne, wir müssen jetzt hier zu dem Punkt. Und dann kriegst du hier keine Punkte voll. Ich will ja gar nichts sagen, aber dieses... Teil ist nicht nur... Teil ist nicht nur... Ich krieg nicht mal einzelne Panzer kaputt. Verwündete auf 100 Punkte gefallen! Ich wiederhole! Der Feind überrennt einen unserer Eroberungspunkte! Erwarten Befehle! Was soll ich denn mit diesem... Alles von der Luftabwehr? Ja? Denn seine Flakpanzer sind ja auch nicht... Sind ja auch scheiße. So ist ja nicht, ja? Also da geht ja eigentlich... Da müsste ja eigentlich was gehen. Das Problem ist, dass er nicht mit Panzern kommt. Und dadurch, dass er nicht mit Panzern kommt... Wir von unseren Fahrzeugen treffen ein. Sie benötigen Befehle. Befehle! Lass die Kugeln hagen! Der muss weg. Feuer anfassen auf den Panzer! Die Sache ist zu heiß! Zum Unterbeschuss! Warum schießen wir denn nicht auf den? Weil ich schieße ja nicht mal vernünftig auf den. Was soll denn das? Ja, bis ich wieder in der Lage bin, dem Paroli zu bieten. Weil das ja halt eben nicht nur dieser eine ist, das ist... Bis dann nicht mal mehr, bis darunter. Wir sind... Unsere Versorgungslinien wurden gerade abgeschnitten. Bewegt euch! Bewegt euch! Unsere Versorgungslinien wurden gerade abgeschnitten. Bewegt euch zu dieser Position! Weniger als 25 Punkte. Bewegt euch! 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 Wir müssen die Flut aufhalten, Männer! Flut! Das ist genau... Was ist das Wichtige? Die Krautfresser sind zu brutal! Zurückfallen, Baker! Und ich habe nicht mal einen Hauch einer Ahnung, wie ich das schaffen soll. Weil da so viele Panzer kommen. Ja... Die Krautfresser haben uns immer ran! An alle Streitkippen! Tja... Das einzig Gute ist, dass die nochmal ein bisschen was gekriegt haben. Aber... Ich überleg mir was. Schönen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!